Was wollten wir noch machen? Genau, wir wollten auf jeden Fall mehr Bauernhöfe bauen. Da ist ich gerade schon wieder einen ausgegangen. Wir können schon da anfangen. Bauen wir uns ziemlich mittig auf, würde ich sagen. Gehen wir mal da raus. Na toll, da ist natürlich nichts. Na gut, aber wir fangen einfach mal da an. Können wir dann ein Lagerhaus aufbauen? Lagergrube meine ich. Einlagergrube. Wie schaut es denn aus, meine Freunde? Ich merke gerade, dass die Flaps da wieder die ganze Zeit unten ist. Nee, es geht nicht. Schade. Das heißt, ich muss die hier hinbauen. Und die müssen einen ziemlich weiten Weg laufen. Naja, könnte was Schlimmeres sein. Stimmt, hier gab es auch Gold. Ähm, mal bitte zurückkommen. Zumindest kriege ich was. Ich kann jetzt mal das Schiff zurückschicken und ein paar mehr Leute mit hin beordern. Dass es ein bisschen fixer geht. Nahrung geht es uns auch voran. Sehr schön. Und wenn dann jetzt noch das Gold gut fließt... Dann läuft es doch endlich. Hat ja auch lange genug gedauert, ich weiß. Jetzt müssen wir halt gucken. Können wir auch Gold fällen? Gold fällen, würde ich sagen. Gold schürfen verbessern. Ja. Nahrung Holz, aber das geht ja mittlerweile ganz gut. Das ist bestimmt schon stärker, oder? Nö, kam jetzt eben stärker vor, das eine Schiff. Nächste Zeitalter wäre jetzt echt geil. Wenn wir dann die drei Reben haben, können wir einiges erreichen. Genau. Sei ein braver Wahl. Der Bundestagswahl. Lustig. Tüppchen auch noch weg. Ich sehe schon, jetzt finde ich hier tatsächlich... Wo ist denn jetzt wieder mein Transportschiff? Oh, Mann. Mach mich nicht schwach, Transportschiff. Ach, da. Was zum Teufel hat der... Ach, ne, ich habe die Schiffe ja weggeschickt. Ich dachte schon, dass er denn meine Flotte da drüben vernichtet. Och, nö, den wollte ich doch zum Schiff schicken. Warte nur, bis mein Schiff da ist. Ist ordentlich den Hintern verpfeilt. Gespickt quasi. Geht das Ding noch? So, dass ihr euch nicht treffen lasst, bitte. Dann sind wir beste Freunde. So. Ähm, zurück zu dem vorigen Thema. Transportschiff. Gut, dass es zum Blick nicht was abgebrannt ist. Dann ist ja alles okay. Okay. Irgendwie geht es mit den Farmen echt schnell. Schon fast schneller, als wenn ich jetzt Bären sammle oder Tiere jage. Ja, ich habe es richtig umgesagt. Ich habe schon gerade gedacht, ich bin jetzt falsch. So. Als ob ich Tiere sammle oder Bären jage. Gut, Bären, wenn man es wieder mit Ä macht, dann würde das passen. So. All right. Vier mehr Leute. 800 Gold. Und wir brauchen noch ein Gebäude. Ähm. Ja, machen wir doch mal das Regierungsgebäude. Eigentlich müssen wir das jetzt Ziel woanders bauen. Aber eins mehr schadet ja auch nicht. Wenn wir das endlich mal das Upgrade haben können, dann gibts mal aufs Maulen mit neuer Technologie. Nö, 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 meine Freunde. So wetten wir nicht. So. Äh. So wetten wir anscheinend doch. Alles klar. Ich verstehe. Shit. Ihr könnt ruhig da weiterfällen. Homies. Kommt, meine Homies. Lockt die mal ein bisschen rüber. Ab geht's. Richtig. Genau so. So führt mein Intelligenzkrieg. Ich weiß, da brauche ich eigentlich keine Beispiele bringen. Aber egal. Ähm. Noch eins. Dann bauen wir noch eine Akademie, oder? Ja, bauen wir noch eine Akademie. Oh Gott. Ja, fürs Reparieren bleibt jetzt nicht großartig Zeit. Wir schicken jetzt einfach mal die Masse los und putzen noch schön nach. Und ihr versucht jetzt einfach mal den Hafen zu zerstören, dass ich mal ein bisschen Ruhe habe. Und ich könnte jetzt echt mal dran denken, Türme zu bauen. Warum mache ich das nicht? Hm. Oh fuck. Ach du scheiße. Kavallerie. Oh nein, 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 nein. Das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Hm. Machen wir mal nicht bieten. Mehr Häuser bauen. Alles klar. Problem. Scheiße. Scheiße. Ja, die machen ja meine Häuser kaputt. Wie soll ich da mehr bauen? Leute, guckt mal. Da. Happy, happy. Genau. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Ich erwähne es noch. Und ich erwähne es noch. Scheiße. Die kommen nicht ran. Die kommen einfach nicht ran. Sowas regt auf. Sowas regt richtig auf. Und die kommen ja natürlich hier vor. Leute. Leute. Ja, genau. Bleib da stehen. Bleib da stehen. Bleib da stehen. Bitte. Und du hör auf zu nerven da hinten. So. Kommt dahinter. Kommt dahinter. Kommt dahinter. Nein. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, sehr schön. So, dann baue ich jetzt hier mal Häuser. Dann bleibt hier. Auf jeden Fall bleibt hier. Keine Ahnung, wo das Transportschiff die ganze Zeit herkommt, aber das macht jetzt wahnsinnig Stress. Das mag ich nicht. Hab ich schon mal im Winter keinen Stress. Mag ich, glaube, oft genug. Hm. Man wollte schon sagen. Wehe, das wird das Transportschiff, ey. So, jetzt können wir wieder neue Dorfbewohner wenigstens bauen. Und wir können mal das Upgrade dann machen. Zur nächsten Zeit. Aber... Oh, oh, nein! Verdammt. Das darf doch nicht sein. Ähm, ich könnte eigentlich jetzt wirklich mal auch entwickeln, dass ich hier kurz Shredcamp oder so mache. Weil ich meine Chance habe gegen die Gegner vielleicht. Hm. So. Habe ich schon erwähnt, dass ich Stress nicht mag? Nein? Okay. Ich hasse Stress. So. Holen wir mal einen Popliten her. Lass die es mal ein bisschen sichern erst mal, bis ich jetzt die Türme baue. Die auch schon längst überfällig sind. Jetzt benötige ich wieder Nahrung. Okay. Verstehe. Alles doof. Aber wenigstens ist, glaube ich, das Schiff kaputt gegangen noch. Wenigstens ein kleiner Trost. Sehen wir es mal so. Immer noch Nahrung? Ach Gott, tausend brauche ich. Wir setzen jetzt erstmal alle wieder die Bauernhöfe. Die grausamerweise niedergerissen wurden. Oh, nicht das arme Reh. Um Gottes Willen. Was hat es euch denn getan? So, dann bauen wir erstmal einiges an Türmen hier auf. Einfach an See. Das kann ein Dorfbewohner machen. Im Weiteren kümmern sich jetzt hier um die Felder. Und du baust auch noch ein paar mehr Häuser einfach. Und noch ein Schiff mehr kann auch nicht schaden. Ja, ist gut Musik. Ist gut. Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du toll bist. Hm. Hier hat so ein kleines Aufmerksamkeitsdefizit. Die Musik. Jetzt bauen wir die Türme. Hätte ich viel früher dran denken können. Das ist einfach... Das darf doch nicht wahr sein. Hier drüben ist ja nichts, oder? Ach gut, wir haben das mit den vier Dorfbewohnern noch da. Verdammt. Das hätte mir auch früher einfallen können. Wieso ist der da gelandet? Einfach nur noch nervig. So wie gleicht das Gold ganz knapp. Aber auch nur ganz knapp. Genau da ist nämlich das nächste Problem. Na, ha, ein Dankeschön. So. Da kommt das nächste. Die machen ja ein D-Day. Das ist ja Wahnsinn. Dann guck mal das. Ich muss mal gucken, dass ich das zurückerobern kann. Das ist jetzt gerade wirklich höchste Priorität. So. Noch eine weitere Galere, bitte. Und ihr schaut jetzt mal, dass ihr hier ein bisschen guckt, wo diese Schweine sind. Das Fischerboot. Es war es. Es hat alle getötet. Brennt es nieder. Wo seid ihr, Freunde? Wurden die weitergeschickt? Die wurden weitergeschickt. Boah, die KI macht dann doch hin und wieder ganz kluge Manöver, muss man sagen. So. Dann baue ich das mal jetzt hier mittig auf. Und lasse auch eine Schiffeskorte da. Ja, ich merke schon. Felder müssen wieder her. Jetzt haben wir es bald. Sehr schön. Jetzt bauen wir noch ein paar schöne Türme für den Fall der Felde. Noch mehr Galeren. Ich bin jetzt mittlerweile zum Entschluss gekommen, dass ich glaube ich einfach zu schlecht bin. So. Wenigstens habe ich Selbsterkenntnis. So, aber sobald jetzt das neue Zeitalter da ist, dann wird mir ein bisschen der Arsch aufgerissen, meine liebe Freunde. Ich lasse die Flapps da jetzt mal einfach unten laufen, nicht wundern. Einfach schon aus dem Grund, dass ich mir jetzt echt nicht sicher bin, wie das ausgeht. Wie mein Festplattenplatz jetzt reicht. Jetzt mache ich ja schon die zweite Mission heute. Wer weiß, wann der Festplattenplatz leer ist, hätte ich das gleich sehen. Nicht, dass ich jetzt ewig lang weiterrede. Und es läuft gar nicht mehr weiter. Wäre ja auch irgendwie doof. Hm, sonst brauche ich ja gerade nichts. Sobald ich die Trereben bauen kann, geht es ab. Dann wird gerockt. Aber zuvor. Hm. 76 Prozent. Wo kommt die denn jetzt her? Hm. Das darf doch nicht wahr sein, ganz ehrlich. Das Transportschiff kann jetzt endlich mal kommen und abladen. Wo es kommt. Ab geht's. Ach, äh. Oh, ja. Gebührenfreie Tribute. Nicht schuldig. Aber machen wir erstmal Holzfällen ein Stück besser. Nein, lasst meine lieben tollen Farmen in Ruhe. Dankeschön. Ich glaube, ich muss wirklich alles mit Türmen absichern. Und zwar auch innen drin. Also. Mehr Türme müssen her. Verstehe. Aber erstmal Trilin Power. Oh, ja. Dann gucken wir mal hier, dass wir noch ein paar Sachen verbessern. Bald lachst du nicht mehr so. Gut. Er hat jetzt nicht gelacht, aber. Sehr schön. Ballistik. Her damit. Jetzt fällt die Nahrung. Ich dachte, es ist das Gold. Naja. Hm. Ach, dass die Gebäude immer anders ausschauen müssen. Auch in den... Auch in der... Als Icon. Oh, ja. Genau das brauche ich jetzt. Nein. Na, wartet. Kann ich jetzt eigentlich schon ein paar Busser-Di-Jah-Zu-Fahrlangs weiterentwickeln. Oh, das wird lecker. Dann mache ich eine kleine Hubliten-Invasion. Komm, das machen wir jetzt mit Hubliten dann. Den reißen wir den Arsch auf. Aber richtig. Jetzt läuft es ein bisschen schlecht für euch, würde ich sagen. Katapult-Trägeränen brauchen wir nicht. Wir machen einfach eine Massen-Invasion mit normalen Trägeränen. Hm, schwere Kavallerie. Das ist natürlich auch nett. Verdammt. Hört's auf, mir so schmackhaft zu machen. Aber wir machen einfach die Akademie-Einheiten schneller und dann passt das auch. Wir können jetzt ebenfalls nochmal die Türme weiterentwickeln. Das machen wir auch eben. Dann. Weiterhin Nahkampfeinheiten verbessern. Infanterie. Bis ich euch weiterentwickelt, dauert es leider noch ein bisschen. So, dann schauen wir mal, dass es jetzt langsam mal richtig läuft hier. So, ihr geht jetzt mal her und sorgt mal für ein bisschen Rambo-Action hier vor dem Hafen. Der geht mir jetzt lang genug auf den Sack. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wo kommen die alle her? Leute. Auf geht's. Auf geht's. Hup-Liten-Power aktivieren. Vielleicht kommt noch ein weiterer dazu. Verstärkung ist auf dem Weg, meine Vorhine. Ich möchte jetzt endlich meine Ruhe haben vor euch Schlawinen. Genau solche tollen Türme brauche ich. Ähm, ja, besser nicht für den Türme erwischen lassen. Aber den Hafen bitte kaputt machen. Das ist mir jetzt wichtig gerade. Habe ich jetzt eigentlich die Ballistik entwickelt? Das weiß ich gar nicht. Wollen wir erstmal noch weitere Trillereben schicken die drei noch mit hoch. Ähm, Ballistik. Wo waren die? Ähm. Na, da. Haben wir noch nicht. Na, und Gold. Wird gemacht. Phalanx. Können wir noch nicht machen. Da fehlt noch das Gold. Ihr miesen kleinen Schweine. Warte mal. Du kannst den hoffentlich abfangen. Das klappt, das klappt, das klappt. Ich glaube nicht. Sehr schön. Leute, bleibt cool. Alter, das gibt's doch nicht. Das hört einfach nicht auf. Das ist ein Fluch. Eigentlich sollte ich meine Türme echt jetzt einfach mitten. hier in dieses Gebiet reinbauen. Das wäre eigentlich das Klügste. Angesteckt für die Fernwaffen, Belagerungs, Waffe, Belagerungs, Schiff. Akademie-Einheiten sind schneller. Das ist auch wichtig. Gut, das geht jetzt auch vorerst noch ganz gut. Aha, Ballistik ist schön. Ja, treffen sie alle. Stimmt, jetzt habe ich ja gar keine... Ach, die habe ich ja losgeschickt. Aber gut, solange der Hafen weg ist, brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Da baut er schon wieder einen neuen... Oh, Mann, ey. Das ist echt eine Hartnäckig. nicht gesund...